Yo Peace Leute und willkommen zum zwölften Part von The Wolf Among Us. Wir haben im letzten Part das letzte Teil vom Spiegel gefunden. Und mit dem werden wir jetzt auf die Suche nach bestimmten Personen gehen. Genau und ich denke mal ich bin hier der Mann der die wichtigsten Sachen hat. Genau. Ach Bluebeard, sei einfach ruhig. Ich habe hier den, ich habe hier den Stuff gemacht. Was hast du gemacht? Was hast du jetzt gemacht, Bluebeard? Hm? Dankeschön. Vieles, vieles, vieles. Ich meine, es ist gut. Ich meine, es ist gut. Ich denke mal, es ist auch das wichtigste. Ja genau, Crane hat es ja auch geschafft. Ich mache es gut. Es ist gut. Wirklich? Sheriff, ich kann deine Unterstützung nutzen. Würdest du mich mit dem Schrauben? So weit weg, Sheriff. Ich möchte dir ein paar Sprachen von mir mit dir sagen. Ich bin unglaublich. Ich bin unglaublich. Ich bin unglaublich. Ja, ich mache ein Buch. Ich mache eine Nummer. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, dieser Prozess kann ein wenig touchier. Ich bin ein Glück. Ich habe eine Runde, eine sehr glückliches Brille auf dem Glück. Als ich sie gefunden habe, war es noch in Crane's code. Der letzte Person, die ich mit Crane oder his code war, war die Psycho Bloody Mary. Vielleicht hat sie so. Ah ja, Frau White fragte sie. Das erklärt das. Du wißt, wer in der Bühne hat eine sehr unbezpiegelte Geschichte mit unsern. Wie wäre es, wenn sie dich als eine Türkei versucht hat? Ich denke, ich weiß bereits das Gefühl. Ich denke, ich weiß jetzt, wie ich weiterfahre. Ich werde nur ein bisschen extra Koks in nehmen. Das ist alles. Danke für deine Hilfe. Es könnte schon lange sein, Sheriff. Ich werde dich finden, wenn es fertig ist. Besonders, dass er vielleicht nicht möchte, mit dir zu sehen. Oh. Er mag nicht, sich auf den Spiegel zu sein. Der Spiegel ist auch noch nicht komplett repariert. Ist es fest? Habt ihr gefragt, über den Crooked Man? Bucking ist immer noch an uns. Er hat gesagt, es könnte sein Leben. Was macht ihr zwei da eigentlich? Was macht ihr zwei da eigentlich? Was macht ihr zwei da eigentlich? Ja. Ja. Geh mit Toad. Aber nur damit ihr wisst, dass wir ihm nicht bezahlen können. Er braucht wirklich nach der Farm, ihr wisst. Also, brech die Neuze und fertig ist, okay? Okay. Er soll Toad die Narrative überbringen, dass er zu fahren muss. Toad, komm her. Das hier ist keine Bank. Die meinten, dass sie nicht mit dem Crooked Man fahren. Sonst kommt ihr nur auf die Idee da, sich Geld zu leihen. Nimm das Geld und halt dein Maul. Ja. Da hüft er davon. Und was ging's für Bluebird jetzt genau? Ja. Im Moment bist du ihn los. Genau. Wir haben wichtiges zu tun. Ich weiß es nicht, ob ich Schmerz herausfinden. Oh. Doch kürzer als gedacht. Ich muss sagen, dass ich besser bin. Aber danke, dass du mich wieder zusammenbringst. Ich bin sorry. Ich habe nur... Ich muss es wissen. Schmerz, Schmerz. Wir sind glücklich, dass du nicht geflogen bist. Jetzt zeig uns das schmerzige Schmerz. Ja. Ich will es auch wissen. Ich will sehen, wo er zu Ende ist. Nach Paris. Nach Paris. Wieso kriegt sie das mit? Was hat gerade passiert? Wir haben dich in die falsche Richtung gezogen. Wir haben die blöde Mary geflogen. Oh, sie. Das erklärt die Schmerz. Ich hätte lieber nicht gehabt, um die Schmerz zu fühlen, die sie bringt. Also, wir werden das nicht wieder machen. Okay. Es war ein Zufall, dass sie da war. Entschuldigung. Genau. Spieglein, Spieglein. Sehr schön. Du bist doch ein Dichter. Das Symbol kennen wir. Die Tür hat gewechselt. Aber das Zeichen ist immer da. Das könnte aber... ...knapp werden. Keine Garantien. Keine Garantien. Keine Garantien. Ich werde es versuchen. Okay. Ja, das ist ja okay und ich werde es auch versuchen, aber ich kann ihnen nicht die Garantie geben. Ich werde es dir glauben, dass ich das mit ihnen vorbereiten werde. Also, ich werde dir vertrauen, dass du das richtig verhalten hast. Das ist, wenn du denkst, dass du bereit bist. Natürlich, ich bin bereit. Ich habe keine andere Wahl. Aber ich weiß auch nicht, wie schnell verschwindet die. Das hätten wir vielleicht noch in Erfahrung bringen sollen. Das wäre vielleicht noch interessant gewesen, zu wissen, wie oft die Tür denn ihren Standort wechselt. Die Gothic Bridge. Central Park, 94. Straße. Tief in der Nacht. Oh, da rennt er. Er will schnell die Tür finden. Da ist sie und das Zeichen ist noch dran. Einfach rein hier! Diesmal nochmal ein bisschen, ich habe mir so jemand erstmal hörig. Und dann rede ich, aber diesmal einfach nur rein. Da verschwindet das Zeichen. Er wird natürlich gemerkt haben, dass jemand durch sein Portal gekommen ist. Der krumme Mann. Höh? Tim? Was zur Hölle machst du hier? Guten Abend, Sheriff. Ich bin hier, um dich zu dem Boss zu nehmen. Danke, übrigens. Ich bin klein. Ich bin klein. Ich muss sagen, wenn sie in der Hand gehalten hätten, ich habe nicht sicher, was ich erwartet hätte, wenn du durch dieses Portal kamst. Oh, du hast mich erwartet. Du hast nur erwartet, um mich zu zeigen. Du wusstest, dass ich gekommen bin. Du wusstest, dass ich gekommen bin. Du wusstest, dass ich mich gekommen bin. Was rumlaufen, mit so einer Krücke und so. Kein Problem. Ich folge dir. Erklär dich nicht. Einfach folgen. Aber wir kennen ihn anscheinend. Was arbeitet er denn jetzt für den krummen Mann? Ich weiß, du hast deine Aufgabe zu erledigen. Ich verstehe. Du hast einen Job, zu tun. Aber du fragst dich, ob du mit diesem Mann involviert bist. Was auch du über ihn denkst, er hat mich nicht wie ein... ...brochen kleiner Kind. Ich denke, er hat mich, was es ist. Er hat mir einen Job gegeben. Und ich bin glücklich, ihn zu haben. Das ist die einzige Option, die ich habe. So ein bisschen wie wie der Fliegenfänger. So ein bisschen. Ich sag mal nichts davon. Irgendwie passt da nicht so ganz. Ich würde zwar gerne, dass er in anderen Jobs sucht, ich möchte jetzt... Der heißt aber leider schon gestartet. Wir warten, wir warten, wir warten. Wir sind immer so nett und wollen ihm nicht seinen Job formen. So ein Ding, er wird eh selten Besuch haben. Wir nehmen das ab. Heiß ihn mit der Tür. Das sind zwei auf jeden Fall. Äh, ja, ich denke mal, wir sollten da einfach ganz normal ran. Erstmal vielleicht klopfen. Das wird nicht notwendig sein. Das wird nicht notwendig sein. Das wird nicht notwendig sein. Sheriff Wolf, Sir. Wer ist der krumme Mann? Hmm. Dankeschön, Tim. Ich weiß, die Sheriff ist nicht die... ...akommandating sort. Aber du bist gut. Du bist gut. Du kannst jetzt gehen. Dankeschön, Herr. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Wir brauchen eine. Also jetzt mal ganz mehr ansicher. Ich habe einen Geblitz zu smoken. Ich denke mal, das Gespräch... ...kommt dann... ...am Anfang der nächsten Episode. Ja, genau. Das war's Ende der Episode. Das nächste Mal bei The Wolf Among Us. Ich bin mal ruhig. Ich habe schneller gehört. Ich habe mit dir gehört, dass du dich hörst. In den vergangenen Zeiten... ...wie du Porque hast sie auf die Leute, eine bei einer... Oh, wie sie schreien. Der Wölf ist gekommen. Und sie würden warten. Hübschen irgendwo, wo sie ihre schweizten, schweizten, schweizten Körpersen. Einige würden nur auf ihren Knochen, wo sie standen, öffnen ihre Augen und warten für die Todes. Und du, die es ihnen geben. Ich wünschte, dass ich es gesehen hätte. Oh, gut. Das Band zu entfernen, wie die meisten anderen. Die meisten anderen haben sich auch schon gedacht. Welchen Laden hast du zuerst untersucht? Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die meisten sind erst zum Lucky Pawnee gegangen. Also sind da. Ich habe gedacht, die wären dort zuerst hingegangen. Oh Gott. Wir haben Toad nicht zur Farm geschickt, wie die meisten anderen. Und haben sich eine Zigarette angezündet. Also dafür, dass vier Antwortmöglichkeiten gab, haben das aber auch recht viele getan. Muss man ja mal sagen. Irgendwie in dem Spiel bin ich richtig Mainstream. Also in den anderen Telltale-Spielen war es oft so, dass ich eine andere Entscheidung getroffen hatte als die anderen. Aber diesmal bin ich richtig, richtig Mainstream. Sorry, sorry. I'm very sorry. Shit happens. Ich würde sagen, wir beginnen natürlich gleich mal. Episode Nummer 5. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Oh, anders Bild. Sagt natürlich schon einiges aus. Der große, böse Wolf am Vollmond. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze mit dem Herrn weitergehen wird. Mit dem kommenden Mann. Du solltest nicht wirklich das tun, oder? Was bist du? nicht so, wenn ich es kann. Ich habe ihn verletzt. Nein. Holli's sister, Lilly. Die Strafe. Das ist warum du mir nichts erzählst. Das ist die Riven, nicht wahr? Wir zerstören den Baum. Nein! Wir sind nicht die Baum, Snow. Hey, du wirst mich wirklich nicht auf die Farbe bringen, hast du? Ja. Oh Gott, Bigby! Das war keine Worte. Das war kein Worte. Eat so viele Schellings-Metal-Metal-Metal-Metal, aber nur noch eine andere Silber-Round neben deinem Herz, und der einzige Ort, wo ich dich besuchen werde, ist die Morgue. Bigby, warte. Als du den Krooket-Mann bekommst, hast du ihn zurückgebracht. Er muss aufzunehmen. Warum nicht du ein Seid, Sheriff? Wir haben ein großes Problem zu diskutieren. Der eindeutig längste Rückblick, den es bis jetzt im Spiel gibt. Aber natürlich, das ist das Episoden-Finale. Das ist ja, das wir hier anstreben. Episode Nummer 5. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze mit dem krummen Mann endet. Ich meine, ich hätte jetzt eher erwartet, dass er mich gleich abstechen will. Ich meine, ich habe einen seiner Leute umgebracht. Aber schauen wir mal, wie sich das Gespräch entwickeln wird, und ob es vielleicht nicht doch dazu kommt, dass es eine handgreifliche Auseinandersetzung geben muss. Ich hätte ihn beim krummen Mann aber eher mit etwas Verstörendem gerechnet. Ich meine, sein Auge sah nicht gerade schön aus, aber sonst... sah ja eigentlich ganz normal aus. Ich hätte ja mit so einem krassen, übelsten Monster gerechnet. Aber das ist er ja wahrscheinlich. Hinter der Gestalt. Sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Episode 5. Wer einmal lügt. Du hast einen langen Weg gekommen. Du musst dich schmerzen. Versteck des krummen Manns. Nacht. Und wenn meine Anwälte richtig sind, dann hast du schon noch viel Rest gehabt. Ich steck die Waffe weg. Ich steck die Waffe weg. Bitte, Sheriff. Riechst du einen Moment, bitte? Du willst einen Drink? Was zu essen? Nein, danke. Das ist das, was es sehr schön ist. Sehr. Es ist elegant. Wirklich ein Carpaccio. Es ist Lobster. Ich bin nur aus einem Grund hier. Ich bin hier für einen Grund. Und es ist nicht, um deine verdammte Essen zu essen. Wirklich? Ja. Natürlich, das schmeißt es ja nach zwei Ziegen weg. Was denkst du, du machst? Er wird... Ich hab dich am Leben gelassen, Jersey. Jetzt hör mal nicht rum. Du zerstörst diese Stadt. Er würde ihn so etwas tun. Er würde ihn so etwas tun. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fäbel mit einem Grudge. Menschen, die in meinen Shoppen wollen. Aber ich verstehe die Gefühle. Und ich bin wirklich entschuldigt. Ich bin wirklich entschuldigt. Das Problem, das alles hat dir gemacht. Und ich hoffe, dass du mir glaubst, wenn ich sage, Sheriff, dass ich ehrlich sagen möchte, das dir zu dir sagen. Die recenten Verrückte, die so viel Aufmerksamkeit haben. Ich kann dir nicht sagen, dass sie mich verletzt wurden. Es ist ein sehr schreckliches Geschäft, aber... Ich versuche dir, dass das Problem mit... ...internall wird. Ich will nur, das Problem für dich und dir zeigen, dass es vorbei ist. Du musst wirklich nicht sich fragen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich kann es nicht genau sagen. Ein schreckliches Geschäft. Du sagst mir jetzt, wer ihn hat. Sheriff, ich habe total Respekt für dich und deinen Job. Ich hoffe, dass du das kennst. Aber ich kann einfach diese Informationen nicht einfach nicht wirst. Du musst wirklich nicht sich beschäftigen. Wie ich gesagt habe, ich habe das unter Kontrolle. Nein. Ich werde es mit dir umgebracht haben. Ja, genau. Ja, genau. Was denkst du, das ist? Eine Art Negotiation? Was willst du da hinten? Oder willst du wie dein Bruder enden? Der Mann sagte, dass er sich umgebracht hat. Also, warum machst du mich wütend? Ich werde es nicht rauskommen. Ich bin bereits entgegen. Du willst es nicht machen. Oh, ich glaube, ich mache. Ich liebe eine gute Grunde, um eine Bühne zwischen deinen Augen zu stellen. Nach dem, was du gemacht hast! Das ist genug. Ich hoffe, dass es nicht kommen wird. Aber in der Interesse von unseren Allianz. Wenn du wissen, wie ist Georgie? Georgie hat sowohl Faith als auch Lily umgebracht. Warum? Ich frage einfach mal, warum? Ja. Warum sie zu tun? Warum sie zu tun? Ja. Ja. Die Wahrheit ist, George hier verratete eine meiner Begratete. Verratete? Und ich will, dass ich Dinge richtig machen. Also, wir versuchen etwas zu tun. Was ist, dass ich das zu tun? Ich bin, nicht? Deine Schutz hat die Grenzen. Und ich glaube, dass du dir sehr viel Aber du kannst du jemanden in der Hälfte wie das? Du hast mich gefragt, das zu tun. Und dann versuchen, mich für ihn zu töten. Du wirst dich schlafen, wenn wir mit dir diskutieren, was zu tun mit dir zu tun. Das ist richtig, Scheiße. Ja, ich glaube, die machen nicht ihr Maul auf. Diejenigen rummen. Diejenigen rummen. Können wir uns sprechen? Du kannst Georgie haben. Die haben wir ein Geschenk. Wir haben unsere weitergearbeitet. Was zur Hölle? Geh diesen Fokker. Geh alle. Ich habe das nicht Ich habe das nicht Geh Probleme, Georgie. Geh dich wirklich mit mir unter der fucking Carrier? Ich denke, ich werde beide mit dir nehmen. Ich werde mich mit dir nehmen. Ich werde mich nicht mit dir nehmen. Ich werde mich mit dir nehmen. Was ist diese Scheiße? Du hast gesagt, dass du für uns kommen würdest? Für minor infarktionen, nicht zu töten. Geh mit ihm, Georgie. Du wirst uns rauskommen. Was ist passiert mit dir? Du wirst ihm wirklich mit dir nehmen? Du wirst ihn wirklich mit dir nehmen? Du wirst ihm 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 mit dir nehmen? Aber ich glaube, dass du jetzt besser ist, dass du jetzt gehen kannst. Keine Chance, dass ich ihn mit ihm gehe. Du wirst mich nicht verraten. Dinge sind nicht entspannt. Ich würde mich nicht hierher sehen. Du kannst du gehen nach einer der ganzen Welt, um ihn zu verraten. Aber er ist nicht mit mir zuwachen. Ich werde mich nicht mehr Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sag mal gar nichts. Die sollen sich noch ruhig anstressen. Das Bünden ist ein bisschen kaputt machen. Ich bin die Wahrheit, ich bin nie ein sehr guter Mediator. Warum negativ, wenn du einfach entscheiden kannst? Wir hätten irgendjemand festnehmen sollen. Weg da, du kommst mir zu nahe. Oh oh. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Jetzt arbeiten sie doch zusammen. Das ist eigentlich mal mein Ziel, dass sie eben ihre Zusammenarbeit beenden müssen. Er ist gefällig mit dem... Oh. Ach komm schon, lau hier nicht rum. Oh, jetzt hast du deinen eigenen Freund abgestochen. Es tut mir ja schon fast leid. Sehr schön. Ihr seid allesamt selber schuld. Das ist jetzt schon fast alle entkommen. Einmal habe ich dich am Leben gelassen, mein Freund. Auch jetzt ist es dann wieder im Leben. Ich wollte ihn wirklich umbringen. Hatte ich wirklich jetzt vor? Der Anfang vom Ende. Damit er mir nicht nochmal an die Quere kommt. Hallo. Hinterher. Hohoho. Leg dich nicht mit dem Wolf an. Leg dich nicht mit ihm an. Oh. Immerhin haben wir ein Stück von dem Auto abgerissen. Was ist das denn für eine Leiste? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich finde. Irgendeine Zeitleiste oder so. So, auch passen. Schön ausweichen. Hoch. Rüber. 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 Das ist vielleicht gar nicht so gut, dass wir jetzt gerade das Wehrwolf rumrennen. Und ich meine, die können ja auch normale Menschen sein. Durch die Tür. Ihr kennt das Auto daran, dass sein Heckding fehlt. Ja, da ist es ja. Okay, man merkt auch daran, wie sie fährt. Und go. Und nochmal. Und noch einmal. Ich würde es um das echt so eine Art Zeitleiste oder so haben. Bis jetzt haben wir noch nichts verkackt von den Quicktime-Events. In dem her sieht es, glaube ich, noch ganz gut aus. Okay. Ich glaube, ich muss nur noch mal oben drücken. Hallo. Hallo. Besuch. Ich bin da. Mich kriegt niemand auf, Alter. Du schubst mich ganz hier nicht vom Auto. Hui. Ist doch nicht schlecht. Okay, sie fahren in die Gasse rein. Steh auf, steh auf. Lass sie nicht hinkommen. Geh nicht. Are you sure? Do it. Aber wenn man da gar keinen Untertitel sind. He's not moving. Keep going. Letzte Sekunde Ausgewicht. Ich denke, weil das war das Richtige. Okay. Okay, sie gehen. Eigentlich Blödsinn, dass sie da jetzt wieder reingehen. Ich meine, da würde ich sie am ehesten vermuten. Und Pudding and Pie. Oh, ich guck mal ganz noch mal rein. Ich muss vielleicht noch kaputt machen oder so, das Auto. Die Reifen abstechen oder so. Anscheinend die Eingangstür betreten. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part von The Wolf Among Us. Ich hoffe, euch hat diese Part gefallen. Wenn ihr einen lasst, dann da oben da. Schaut in die Playlist nach dem Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up. Und haut da rein.